Herzlich Willkommen zurück zu einem neuen Video Rush Wars auf unserem Kanal Sofort und Gleich. Ja Leute, Herr Gleich hat sich jetzt inzwischen auch in einen eigenen Account erstellt. Ja, Rush Wars am Start, Leute. Wir gehen direkt mal auf Angriff. Herr Sofort will sich mit mir messen. Herr Sofort hat gesagt, er will schauen, wer von uns beiden schneller, stärker wird. Und ich meinte, da habe ich ja keine Zeit, keine Chance, weil ich habe gar nicht so viel Zeit wie du. Und er hat gesagt, nein, er spielt nur dann, wenn ich auch spiele. Also sprich, es soll wirklich ausgeglichen und fair sein. Gut, jetzt hat er natürlich schon einen gewissen Vorlauf im Vergleich zu mir. Das ist, da brauchen wir gar nicht drüber zu reden. Aber, schauen wir mal. Oh, was habe ich jetzt gemacht? Wir haben ja auch einen Fehler gemacht. Okay. Schauen wir mal, was bei rauskommt. Ich werde sowieso reden. Ah, 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 ah. Was ist das? Oh, wie ist das? Das ist natürlich nicht ganz so clever. Aber wie denn sowieso? Was denn? Du hast verloren. Ha, 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 du hast verloren. Siehst du, kaum, kaum spielst, mache ich nicht mit. Verlierst du. Ich habe nicht mit. Was? Ich habe einen Stern geholt. Okay. ich habe jetzt bei mir noch die shields gerade freigeschaltet das sind natürlich alles sachen die hast du ja schon so weit ich muss jetzt hier upgraden aber da musst du auch ein bisschen was erklären du erzählst gar nichts ich bin konzentriert ich krieg zum beispiel gar nichts mit von dem was du tust genauso wenig die leute kriegen schon nicht so spannend was du tust gar nix nach geht man so nach geeignetem gegen so oder jetzt richtig geile sachen dann später upgrade die grade ich auch den pitcher habe ich jetzt auch auf level 2 immerhin schon auf welchem level ist sein picture 4 4 schon angehen ja ja geschafft drei ständer gleich drei ständer habe ich auch gerade gehört nur wissen wir bei mir noch die anfangsmission ja genau so so wie schon jetzt auch erst mal den ersten stern habe ich mir jetzt geholt oh mein gott das kann ja nicht sein dass man nur fünf stück fünf truppen nehmen kann das wird sich wahrscheinlich dann später mit den höheren stufen wahrscheinlich dann vermute ich einfach alle haben sie die mine verstellen so jetzt kann ich mich gleich schon wie heißt denn überhaupt dein klar sofort und gleich dass ich da rein kann ja leute wir haben einen clan gegründet also der support hat einen clan jetzt muss ich nur gucken wie man da reinkommt zeigt den leuten mal wie man da reinkommen kann ich habe wieder drei ständer ich hab's gerade nicht so wirklich gut geschafft hast du keine drei ständer in der anfangsmission nein aber es ist ja am anfang auch nicht gelungen so dass weiß ich mich noch gold und games games so was haben wir nach was tap to open the box players teams ok teams so dass der lost clan ist ganz oben wie komme ich jetzt bei dir also man drückt hier im moment man drückt hier drauf drauf muss ich um zu dir zu kommen selbst gucken den clan zu stellen war einfach hier ist ja hier an der seite auf den chat hier an der seite auf den chat ja was passiert was siehst du denn? chat with teammates play domination against other teams aber das geht erst ab level 3 vorher kann ich das nicht machen also ich muss erst auf level 3 kommen dann kann ich dein clan joinen oh gott dann haben wir nur beim clan leute ja dann kann ich dein clan joinen wie viele leute können in den clan rein weiß ich nicht kannst du das nicht sehen nein ok das ist ein disability team domination battle against other teams dominate their map to win rewards find a team geht auch erst ab 3.0 hast du das gesehen team domination nein musst du mal gucken team domination ja da kann man nämlich zusammen das ist das ist dann scheinbar das was damit gemeint war da kann 11 mix dem Relax tun wir sie zusammen spielen 20 NATOавать teams wie wie auch immer oh 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 was denn oh oh guck dir das an nein was land us was so dämlich hast du verloren nein ich montón ich könne da um setzen ist gut ist wieder wenn die bomberin da hinten ist das macht wie er und ihm muss da fahren Ja. Let's go Rush. Ne Mine. Och. Ja. Genau. Nice. Drei Sterne. Drei Sterne schon wieder. Ja. Ich muss jetzt hier schauen. Macht das Sinn? Oh ja. Da kann ich glaube ich was machen. Sehr gut. Und haben wir schon wieder gewonnen. Vielleicht. Schön. Ja. Das freut mich natürlich für dich. Oder hab ich die nächste Kiste? Ohne Rare Box. Eine Rare Box? Gold. 88. Kanone. Bitte bitte bitte. Hoffentlich hoffen sie es schaffen. Bitte bitte. Jawohl. Ich krieg jetzt auch drei Sterne. Eine epische Karte. Eine epische. Was hast du bekommen? Tank. Tank? Wie du hast einen Panzer? Ja. Oh mein Gott. Epische Karte. Oh mein Gott. So weit bin ich natürlich jetzt nicht. Aber ich sag mal so. Ich schwimme jetzt auch mal an der ersten Teichstelle. Du bist Level 4. Hm? Du bist Level 4. Du bist Level 4. Ja. Ich muss ja erst mal. Jetzt muss ich auch mal ein Headquarter upgraden. Okay. Ich muss ja erst mal auf Level 3 kommen. 500 Gold. Um überhaupt bei dir reinkommen zu können. So ist aber schon immer ganz gut. Oh Gott. Was die Batterie ist fast leer. Obwohl ich sie am Kabel habe. Das ist echt krass. Wie viel zu viel Prozent noch. Zehn Prozent. Ups. Die Sache ist, das Gute ist, die Gems bringen ja momentan nicht viel. Einmal Gold kaufen, glaube ich, das auch damals in einem Klick bei Alva. Und dann einmal eben hier Headquarter geupgradet. Sehr gut. So Headquarter geupgradet. Ich mach wieder den Last Squad genau so wie ich den... Nice, jetzt habe ich eine Truppe mehr kann ich setzen. Das ist gut. Sehr geil. Nice. Okay. Oh ne, den will ich nicht haben. Der gefällt mir nicht. Das ist nicht übergegeben. Das ist auch so eine Katte. Wie gescheuert ist das aufgebaut. Wobei, wenn es gut läuft... Komm, ne, nehmen wir uns. Genau. Okay. Nehmen wir uns. Kriegen wir auch Down. Ja, ne. Nein, wo läufst du denn? Wo lang? Alter, wo laufen die lang? Also teilweise... Äh, was, 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 was macht ihr? Ah, ich kriege auch drei Sterne trotzdem. Oh mein Gott. Ich habe fast gar nichts verloren. Das war ja mal so clever gespielt. Ich habe keine einzige Armee verloren. Kriege drei Sterne. Mega. Ah, cool. Drei Sterne. So, jetzt kann ich auch meine nächste Truhe aufmachen. Flawless Victory. Nächste Box. Eine Common Box. Ja. Drei Sterne. Auch wieder drei Sterne? Ja, ich habe auch drei Sterne gerade geholt. Ich kann den... Ja, ich kann Shields jetzt auf. Ich gucke gar nicht in die Kamera nachher. Upgrade. Upgrade. Shields. So, sehr geil. So, okay. Jetzt erstmal gucken, was kann man denn noch alles hier machen? So. Ähm. Oh mein Gott, wie geil. Das ist ja ein Geschenk. So, was ist es da? Guck mal, gleich, das ist ja wie ein Geschenk. Was denn? Schau mal. Ja, das ist ein Geschenk. Also, wenn da nicht irgendwas ist... Es gibt auch eine Defense Box, ist dir das aufgefallen? Eine Defense Box? Ja, eine Defense Box. Nein, das bin nicht aufgefallen. Du musst mal drauf achten, wenn du verteidigst, kannst du mal bei dir danach reingucken. Äh, und zwar je nachdem, wie viele Gegner, Angriffe du abgewehrt hast. Bei 100 abgewehrten Angriffen gibt's eine Defense Box. Da gehst du trotzdem noch, oder was? Nein. Ich hab's gewonnen. Okay. Last Squad. Use again. Attack. Geh mal dann unten rein in dein Ding da und guck mal. Sollte ich geh rein in meine Goldmine? Ja. Ja, und dann? Und dann geh oben. Oben ist eine Defense Box. Musst du mal schauen. Wo? Habt ihr das oben irgendwo gerade gesehen? Was, du hast eine neue Goldmine? Fuck. Mhm. Oh, ich muss überlegen, mach ich das oder mach ich das nicht? Nee, den greif ich mich nicht. Defense Box, sag ich das. Siehst du? Sechs Angriffe habe ich abgewehrt. Sechs Angriffe. Bei 100 kriegst du die Box. Je nachdem. Also okay, dann hast du noch nicht so viel abgewertet. Aber es hätte ja sein können. Das wusste ich jetzt nicht so. Oh, das kann unter Umständen könnte das gut sein. Das probiere ich jetzt einfach mal. Waschen. Gucken wir mal, ob wir die Daumen bekommen. Oh mein Gott, 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 bitte, mach wenigstens, mach wenigstens, mach wenigstens, einen, ja, einen haben wir schon immer. Und jetzt muss ich nur den, ja, du kriegst auch wieder drei Sterne. Das ist gut. Das ist sehr gut. Kommt die Pitcherin noch down bekommen. Jawohl, zwei Sterne. Kommt die Pitcherin down. Jawohl, drei Sterne. Sehr geil. Ich krieg auch wieder drei Sterne zusammen. So, sehr cool. Flawless victory. Ich stehe damit quasi vor der nächsten Box. Last squad, use again, attack. Jetzt gucken wir mal. Was kriegen wir hier raus? Macht das Sinn? Ja, besonders clever hat er es eigentlich jetzt nicht aufgenommen. Das ist ein Geschenk. So, das greife ich auch direkt an. Oder das ist ein Geschenk, oder? Mal gucken, sehe ich jetzt nicht so. Ich lasse es verliere. Oh, doch. Komm jetzt. Au, tschöpferlone. Tschöpferlone. Verlierst du das Geschenk, wie du sagst? Ja, ja. Bei mir sieht es aber gerade auch irgendwie, wobei... Ich habe den Rage Spell nicht einen benutzt. Oh mein Gott. Ja, das ist natürlich... Ich krieg wieder drei Sterne. Du musst... Achso, du hast ja nur... Du benutzt den Rage Spell nur, ne? Ja, das ist natürlich... Wenn man den dann nicht benutzt, ist es natürlich... Vergeultet, ne? Ich habe den Rage Spell im Moment noch nicht. Und ich suche mir immer eine Stelle, wieder drei Sterne, wo ich diese Bombe am Anfang, die Rakete reinjagen kann, die irgendwo direkt bei diesen... Bring. Ja, Kanistern ist. Tonnen. Bring da noch, ja. Um möglichst viel Schaden am Anfang schon zu machen. Ja. Fitcher? Oh nein, es reicht nicht ganz. Aber die Cannon kann ich jetzt... Und die Mines kann ich hochpushen. Upgraden. So. Das heißt, Defenses kann ich hochpushen. Wie viel Damage macht denn das eigentlich? Area Damage? 80. Das macht Area Damage 80. Ich tue schon. So. Und was macht das andere? Diese andere Defense? Auch Damage 80. Ich will eigentlich die Kanone dann da unten einsetzen. Die Kanone muss rein. Kann man eigentlich den Aufbau ein bisschen ändern? Geht das? Wie? 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 Den Aufbau von... Wo deine Häuser stehen. Die Hütten. Nein, oder? Weiß nicht. Kann man nicht? Weiß ich nicht. Weil die stehen irgendwie... Die stehen blöd. Muss ich einfach so sagen. Die stehen tatsächlich einfach doof. So drei Sterne. Drei Sterne wieder? Ich auch. Ich habe auch drei Sterne wieder gehabt. Bei einem echten Spieler. Wie bei einem echten Spieler? Ja, gegen einen echten Spieler. Da kann man ja auch gegen echte Spieler spielen. Das sind auch echte Spieler alles. Ja, das ist doch bei mir auch. Ach so. Machst du immer noch in einem Tutorial-Games? Hä? Wie kommst du denn da rum? Ja, du bist doch immer ein bisschen langsamer. Oh, junge, 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 junge. Ich mache auch gegen normale Spiele die ganze Zeit. Drei Sterne, drei Sterne, drei Sterne, drei Sterne. Ich habe nochmal zwei andere verteidigt. Oh, das wird einfach, weil der hat sich ja wirklich positioniert. Das sollte eigentlich... Ja, wobei es könnte ein bisschen problematisch sein. Weiß ich nicht. Werde ich jetzt gleich sehen, ob ich es schaffe oder nicht. Komm, Pitcherin down. Mach die Pitcherin down. Mach die Pitcherin down. Na, Alter. Ja, aber wenn die ein bisschen doof manchmal spielen... Komm, mach jetzt erstmal da rum, ist das eine Ding kaputt. Komm, erstmal das eine Ding. Na gut, mach doch erstmal... Na, Alter, verdammt. Das ist echt... Pitcherin, mach die... Ja, sehr gut. Wieder drei Sterne. Also manchmal wird man ja am liebsten selber sich da hinstellen. Ja, und wird denen ein bisschen helfen. Leute, geht in die richtige Richtung. So, wieder drei Sterne. Es läuft, würde ich sagen. Es läuft. Und damit habe ich die nächste Box. Aber leider wieder eine Common Box. Mehr kriege ich momentan nicht raus. Aber die Troopers... Pitcher... Pitcher kann... Oh, Pitcher kann... Und ich habe jetzt endlich auch den Bazooka. Den hast du ja schon eine ganze Weile hier ziehen. Das letzte Mal ja schon erspielt. Ja, und ich habe drei Sterne. Und das ist ziemlich schnell. Habe ich ja auch wieder gehabt. Das ist kein Thema. Das geht doch gut. So, Pitcher ist geil. Chance echt. Jetzt habe ich den Bazooka. Immer noch eine Common Box. Warum eine Common Box? Wie macht denn der Bazooka? Macht der Rear Damage 80... Targets on Ground, Attacking on Health... Health 100... D... Damage 30... Health... Aber ich glaube, ich... Ich bin mir nicht so ganz sicher. Was ist denn besser eigentlich momentan? Pitcher macht 84... 1,7 Sekunden Attack Speed... Attack Range 5,5... Und der... Ab einer höheren Attack Range... Ist aber nicht ganz so schnell... Damage Sekunde... Rear Damage... Damage Sekunde 35... Und sie hat... Ja, die Pitcherin ist eigentlich besser als der Bazooka-Typ. Nein. Doch, guck dir mal die Werte an. Auch wenn es die Werte... Auch wenn die Werte was anderes sagen... Dieser Bazooka-Typ, der schießt einmal auf ein Gebäude und ist es halb kaputt. Das Ding ist viel stärker. Meinst du? Nein, meine ich nicht, weiß ich. Ich nehme jetzt eine Pitcherin raus und nehme dafür einen Bazooka-Typen rein. Aber ich glaube, nach den Werten müsste... Also zumindest wenn sie Level... Es kann ja sein, wenn er ein höheres Level hat, dass er eine stärker ist. Aber... Momentan... Was ist denn das? Oh, der hat einen Panzer. Wie stark ist dieser Panzer? Stark. Und der hat da hinten eine Kanone. Stark. Nein, nein, nein. Ich glaube nicht, das wäre eine Falle gewesen. Ja, zwei solche Dinge... Oh Mann. Ist auch nicht so schön. So, ich habe gegen eine Panzer gewonnen. Ich habe auch selbst einen. What shall I do? Da haben wir zwei. Wieder zwei Kanonengeschütze. Ist auch nicht so toll. Immer noch eine Commandbox. Was ist das denn? Auch wieder zwei Kanonengeschütze. Na, das sieht doch mal nach einem Geschenk aus. Junge, Junge, Junge. So, da direkt rein und dann ankommen. Jetzt kann ich nicht mehr... Oh nein. Was denn? Jetzt kann ich es echt nicht mehr voll bekommen, ne? Jetzt kann ich keine Kiste mehr bekommen. Warum? Ja, weil die Keys leer sind. Weil was leer ist? Die Keys. Schlüssel. Wo hast du nur eine bestimmte... Ach was? Mhm. Man hat nur eine bestimmte Anzahl an Keys. Ja. Das heißt, du kannst jetzt gar keine Drohnen mehr aufmachen oder was? Wie kommt man da dran? Wie kriegt man die? Äh, wir sterren doch. Achso, und die anderen, achso, die Keys kommen nach einer bestimmten Zeit wieder. Nach einer dreiviertel Stunde. Wie lange dauert es, bis du wieder Keys bekommst? Ja. Ich mache es erst mal wieder drei. Wie, was, drei? Drei Sterne. Ich habe ja noch Keys. Wie viele habe ich denn? Woran sie waren? Drei Keys habe ich noch. Und gleich den nächsten Angriff. Last Squad. Use again. Attack. Drei Keys habe ich noch. Was halt klug gemacht hast, wenn man nicht so viel, welches Level der Minenwerfer ist. Oh. Oh. Okay. Wobei, das könnte unter Umständen funktionieren. Da müssen wir mal schauen. Eigentlich müsste das klappen. Da kommen wir schon mal durch. Also, ein Ding haben wir auf jeden Fall. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Terminwerfer. Oh mein Gott. Oh, das ist, glaube ich, ziemlich in die Hose gegangen, was ich jetzt gemacht habe. Ja. Ja, aber zwei Stück kriege ich. Zwei Stück kriege ich. Jawoll. Zwei Stück habe ich schon immer. Wollen wir schon wieder drei Sterne? Ja, das ist jetzt ein bisschen schief gegangen diesmal. Aber zwei Sterne immerhin. Und damit eine Rare Box. Ich kann eine Rare Box aufmachen. Ja. Ich habe eine Rare Box. Sowas ist da drin. Troopers. Shields. Cannon. Besucher. Und ich habe auch den Panzer. Ich habe ihn jetzt auch schon. Ich habe den Panzer. Kann man den im Angriff einsetzen? Ja? Ja. Wie stark ist der? Stark. Ja? Ja. Ich benutze ihn selbst. Ich muss überlegen, die musst du halt immer ganz nach vorne sitzen. Also immer ganz nach vorne. Den Panzer ganz nach vorne? Ganz nach vorne. Wieso das? Ja, weil er über 1000 Leben hat. Okay. Ich habe jetzt Level 3 erreicht. Ich kann zu dir rein joinen. Oh Gott. Sofort. Ich such jetzt mal nach dir. Ja? Sofort. Zusätzlich ist ja gleich, ich kann nicht mal unseren Kanalnamen schreiben. Und gleiche. Was ist das? Wer hat denn das geschrieben? Sofort. Und. Dein Tablet geht jede Sekunde aus. Gleiche. So. Und dann fertig. Jetzt suche ich mal. Hey! Join! Was sind da? Chat Rules. Was heißt denn? Respect your... Ich respektier dich doch nicht. Always remember to keep your private information private. Geil! Hey! Tiger! Hast du den Chat geschrieben? Ja. Hey Tiger! Ja, der echte Tiger. So. Geil. Pfff! Daran hab ich nicht gedacht. Oh mein Gott. Warum hast du nicht gedacht? Dass da diese komische Nuss da ist. Diese, diese... Ach, ich hab keinen Plan wie die heißt. Diese Pitcher. Pizzer ist. Mhm. Schlimm ist die. So. Pizzerin ist geil. Trotzdem drei Sterne. Pizzerin ist geil. Drei Sterne trotzdem. Ich hab 76 Sterne. Du? Äh... Ja. So viel kann ich ja gar nicht sagen. Kann ich jetzt ein Panzer nochmal? Flieger. Hey Washi! Hey Washi! Was geht? Alles was auf Bayern läuft. Soll ich machen wir den nächsten Angriff? Last Squad? Jetzt sind wir schon wieder bei einer halben Stunde angekommen, ne? Oh. Oh. Man kann... Ich hab schon wieder nicht an die Pizzerin gedacht. Oh Mann. Okay, jetzt wird sogar schon mit einem Panzer angegriffen. Alles klar. Der Panzer immer nach vorne hast du gesagt, ne? Ja. Okay, das sollte ja hier wirklich ein Geschenk sein, so wie das aussieht. Ja. Ich hab verloren. Ne. Absolut. Nein! Ne. Was ein Glück. Oh mein Gott. Was ein Glück. Ich hab nicht gesehen, dass die Turbe noch da hat. Ich hab verloren. Der Panzer ist scheiße. Nein. Ich verliere mein erstes Match jetzt mit dem Dreckspanzer, weil der, keine Ahnung, eine geschätzte halbe Stunde braucht, um zu schießen. Ja. Der braucht lange, um zu schießen. Das ist nicht schlimm. Ja. Das ist aber gleich down. Zumal er der einzige ist, der noch steht. Wie lange braucht der denn, um zu schießen? Oh mein Gott. Ja. Ich krieg jetzt doch alle down. Oh mein Gott. Nein. Diese Tonnen explodieren ja auch noch in der Nähe von dem. Lass mich veräppeln. Jetzt kann ich dir eine halbe Stunde dabei zugucken. Der Panzer ist nicht so toll. Ich müsste zwei Armeen dafür weggeben. Nein. Ich wäre da locker drüber gerannt ohne den Panzer. Ich hätte schon mal Schaden bekommen. Hm. Das gefällt mir nicht so. Der Panzer gefällt mir nicht. Nein. Schrecklich. Weil ich dafür zu viele andere Armeen abgeben muss. Zwei Stück. Ja. Zwei Stück. Und ich habe nur fünf. Ich habe sechs. Wieso hast du sechs? Weil ich das Rathaus-Upgrade habe. Achso. Wie geht das? Nicht das Rathaus-Upgrade, sondern das andere. Dann habe ich einen komischen Helikopter. Den Helikopter-Upgrade? Ja. Ja. Ich meine, ich habe trotzdem drei Stück gegen Murat. Ja, Mann. Wieder voll. Drei Sterne. Perfekt. Drei Sterne. Ja, wie immer. Oh, ich habe wieder eine Nachricht. Ein Waschbär auf vier Beinen. Bin ich auf vier Beinen oder was? Natürlich. Was ist denn dir los? Wann bin ich auf vier Beinen? Waschbär auf vier Beinen. So, den Panzer mache ich hier weg. Der ist nicht gut. Soll ich mir die für 50 Gems dann nochmal Schlüssel holen? Schlüssel? Ja. Ein Schlüssel. Wie ist Schlüssel? Schlüssel, ja. Schlüssel, ja. Weiß ich nicht. Was kann man eigentlich für 100 Gems kaufen? Sehe ich gerade. Da gehe ich auf 100. Das bringt mir noch nichts. Wenn, dann will ich so ein Bronze Pack da holen. Was ist ein Bronze Pack? Da gibt es so ein Bronze Pack. Da gibt es so ein Bronze Pack. Hast du das? Das sind 190. Daily Deal. Deswegen sammle ich noch ein bisschen. Stink, das macht mehr Sinn. So, Panzer fand ich nicht gut. Der kommt wieder weg. Die Gems sammeln. Dafür baue ich das lieber so auf. Damit mache ich den jetzt report. Oh. 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 Das könnte aber unter Umständen trotzdem funktionieren. Weil der mega viel. Ja. Da ist nicht mehr viel übrig. Der hat das so blöd hingestellt. Der hat alle Armeen bei ein paar Tonnen hingestellt. Das glaube ich ist nicht mehr. Moment. Oh mein Gott. Wie schnell die down sind. Der Minenwerfer hat der Typ dämlich hingestellt. Also das ist natürlich extrem dusselig. Wirklich. Der hat da keine Ahnung geschätzte 10 Armeen. Weil er so direkt neben die Tonnen gestellt sind. Ich musste nur auf die Tonnen drauffeuern und auf die Armeen. Und da war schon fast alles weg. Das war nicht so gut. Würde ich sagen. Oh. Ich hab wieder ne Common Box. Ne Common Box. Ja man. Ich hab ne Common Box. Jawoll. Ich hab ja mal den Mortar. Minenwerfer. Mh. Upgrade kann ich noch nicht. Ne geht noch nicht. Headquarter 3. Das. Upgrade Requirements Experience 4. Okay. Ähm. Du bist jetzt. Was musstest du machen. Also wie viel hast du gemacht. Um auf Level 4 zu kommen. Das kann ich noch nicht. Ja. Das kann ich noch nicht. Was ich gemacht hab. Was hat denn der da für ein Quatsch. Das ist ja total easy peasy. Das ist so ein Käse. Das ist ja lächerlich. Junge, 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 Junge. Ich muss noch ein, drei, ja. Geht grad. Die Liebesmiddels. Macht mal was. Oh mein Gott. Jetzt krieg ich nur noch diese krassen Spieler. Ha. So. Erster Stern. Zweiter Stern. Jetzt muss ich nur da unten das Teil der Daumen bekommen. Dann hab ich den. Oh nein. Nicht auf die. Nein. Schieß doch nicht auf die. Schieß doch auch mal. Genau. Sehr gut. Jetzt krieg ich den dritten Stern. Hier. Ah. Oben kann man End Battle auch klicken. Surrender. Surrender. Ah. Das wäre Surrender. Selbst wenn ich schon gar keine Gegner mehr hab. Ja. Das ist natürlich dann nicht ganz so toll. So. Ich hab 39 Sterne. Moment. Bin kurz davor in die nächste Division aufzusteigen. So. Ich hab's geschafft. Durch den Panzer. Was hast du durch den Panzer geschafft? Das Gewinnen. Das hättest du auch ohne den Panzer geschafft. Nein. Nein. Das ist nicht. Weil der Panzer mich super getränkt hat. Den Minenwerfer ist der perfekte Panzer. Das will ich nicht. Aber ich. Okay. Das will ich auch nicht haben. Das geht auch nicht. So. Wie lange machen wir noch? Keine Ahnung. Ich mach jetzt noch so lange bis jetzt. Bis auch bei mir die Keys weg sind. Wie viele Keys hast du noch? Muss ich gleich gucken. Ich muss jetzt mal jedes Match machen. Ähm. Boah. Das ist nicht gut. Wie können Leute 5.000 Sterne haben? Wie geht das? Wenn man pro Kampf 3 Stück bekommt. Tja. Die Suchten halt nur. Aber das geht ja nicht. Dann können sie gerne 8.000 Sterne haben. Ja. Gutes Spiel ist. Ich weiß nicht. Wie lange es schon. Seit 5 Tagen. Ja. Ich weiß auch nicht. Wie lange es schon komplett frei zugänglich ist. Also. Es gibt mit Sicherheit Leute die es auch schon vorher gespielt. Oder spielen konnten. Der Trimax nicht. Und hat 5.000. Ja. Wißt du? Der hat auch schon 5.000. Ja. Der Beste aus Deutschland hat 7.000. WTF? Wie geht das? Du musst die Trimax fahren. Ja man. Und sagt jetzt zu mir ist der beste Roboter-Spieler. Hahaha. Der beste Roboter-Spieler der Welt. Oh. Die Roboter-Nerven. So. Roboter-Nerven. So. Wieder 3 Sterne. Longest Victory. Jetzt kriege ich wieder eine Box. Common Box. Was ist da diesmal drin? Wieder ein Pitcher. Arcade kann ich auch. Und. Ich habe jetzt endlich auch den Boost. Ich habe endlich auch den Boost. Upgrade. Available. Adrops. Purchase. Area Damage. Oh. 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 So. Last Squad. Use again. Und diesmal nehme ich das aus. Area. Und ich mache das auch an Attack. Oh. Siehst du? Was? You need keys to earn battle boxes. Das heißt. Ich kann jetzt auch nichts mehr machen. Ich mache jetzt auch noch meinen letzten Kampf. Und dann wäre ich auch so weit. Dann sind wir beide ungefähr auf dem gleichen. Aber ich weiß ja wo stehst du jetzt. Du bist. 92 Sterne. 92 Sterne hast du schon. Mhm. Mhm. Und du 10? Ah. Da kann ich jetzt. Du bist doch dritten. Für mich. Was denn? Ich habe doch wirklich. Wie viel kleiner du hast. 10. Das ist mich verarschen. 15? What? Wie lange hat er gebraucht um zu schießen? Aber ich habe trotzdem gewonnen. Okay. Also. Würde ich sagen. Wenn es euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Schreibt was in die Kommentare. Abonniert dann unser Kanal kostenlos. Und bis dahin noch rein. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal.